Yoni Mudrasana ist die Stellung der Mudra, der Yoni, der Mudra des Mutterschoßes. Raffaella zeigt, wie es geht. Setz, gib die linke Ferse aufs Perineum bzw. auf den Damm. Dann gib die rechte Fuß vor das Geschlechtsorgan, wenn du ein Mann bist, oder ans Schambein bei der Frau. Gib beide Hände auf die Knie, typischerweise Handfläche nach oben und Finger in Chin Mudra. Schaue zur Nasenspitze hin. Dieses Yoni Mudrasana, welche letztlich eine Variation ist von Siddhasana, manchmal auch genannt Yogi Mudra Bandha.